Man muss sagen, wir müssen unseren Andi langsam ranführen, weil er ist nicht, wie habe ich vorhin so diplomatisch gesagt, nicht der größte Metal-Fan. Nee, noch nicht. Ich bin ein riesen Metal-Fan-Fan auf jeden Fall. Ja, ich bin Werner Focke, ich bin Sulinger, bin Metal-Head seit meiner frühesten Jugend. Beim Redout-Festival mache ich Social-Media-Arbeit. Zusammen mit Musiker Tommi Refart und dem bunten Festival-Joker besucht er heute verschiedene Camps. Herr Nasenbier! Schön, dass ihr da seid. Willkommen in Tortuga. Ich bin begeistert. Ich erhebe den Pümpel zum Ansporn. Los! Will deine Mutter nicht so reden, Götter. Weil das ein Kornister ist, weil der voll mit Korn ist. Das ist ja beim Eisbomben genommen. Nice! Vielen Dank! Dankeschön! Schön, dass ihr euch beworben habt. Herausfordernde Musik. Und wenn man sich dann anguckt, wie viel Liebe und Freude auf dem Campingplatz ist. W booth ist ja beim Wahl. Das war er schon. Fertig, was wir uns genauso prassen? Nähnen sie ihn! Jeder ist ja beim Lieblings-Jakim, nicht so rum. Der war der! Das war schon. Das war's auch schon. WOOOOO!